Musik Entschuldigen Sie bitte, was kostet dieser kleine Teddybär hier? Hm, 300. 300! Ich hätte ihm diesen Teddybären eigentlich in den... ...Kiss me, some boys hug me, I think they're okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. They can beg and they can bleed, but they can't see the light. Cause the boy with the cold, hot cash is always Mr. Right. Cause we are living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. Hey Mike! Oh! Genau so, ihr zwei. Und los geht's! Und schütteln! David, doy! Und los geht's! Und los geht's! Und los geht's! Und los geht's! Und schütteln! Living in a material world and I am a material girl And now that we are living in a material world and I am a material girl Oh, komm, siehst du, was hab ich dir gesagt? Es gibt mehr im Leben mit Blöden, komm Können wir jetzt endlich D&D spielen? Nein 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 No No Nein No 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 Well No Well Untertitelung des ZDF, 2020